Herzlich willkommen zurück hier zur Let's Play Pokémon Silbernedition. Wir müssen zurück nach Teak City. Wir haben den Surfer vergessen. Ich sag's euch, es ist einfach nur anstrengend, wenn man ein Spiel zum ersten Mal spielt. Jetzt sind zwei Belieber da noch drin. Ja, ich kann mir noch einen Super-Tank holen. Ja, machen wir. Genau, so. Und sind wir hier, oder kann man Belieber hier auch kaufen? Ich glaube nicht mehr. Aufdrück nach Teak City, da kann man Belieber kaufen. Let the journey begin. Die sind auch noch zu Hause, weiß ich, ob ich da schon drin war. Nein, ich habe einen Kabi, aber ich tausche es nicht. Nein, keine ungezogenen Kinder werden da bestraft oder Armonia City geschickt. Äh, fuck, ich komme hier raus. Ach, hier. Die Musik. Die geben einmal ins Gras und schon. Ah, Pokémon! Nun, verzieh dich Tauras. So, wo ist das scheiß Theater? So, wo ist das scheiß Theater? So, wo ist das? So, wo ist das? So, wo ist das? So, wo ist das? Ah, Blitzer. Typ, Nachteil, Vorsicht! Mogebaum, du bist dran. Steinwurf. Ach, Freunde, ich sag's euch, das ist was. Wenn man ein Pokémon-Spiel zum ersten Mal durchspielt... Ähm... Nein, kein Webel-Win, bitte. Danke. Ähm... Wenn man's wirklich zum ersten Mal durchspielt, ist es eine Herausforderung. Aquana. ... 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 Nach Tana Dann müsste das letzte Kimono Girl ein Psyana haben Oder ein Flamana Sehr schön Nein Die Kimono Girl sind zu 15 beides Die Kimono Girl sind zu 15 beides So Bald haben wir es geschafft Die ganzen Kimono Girls Vernichtet Ein für allemal Was? Zack, weg Schön Dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Level 25 Taboga, zweitstärktes Pokémon, im Team. Vm03 Surfer. Und das bedeutet... Jetzt habe ich den Blubber verlernt. Scheiße. Mann! Gabi, ist also irgendwas, der gute Attacke, dem man Gabi beibringen kann. Und auf, zurück nach Olivianer City. Irgendwie erinnert mich die Musik ein bisschen an Fight Club. Oder wie ist es? Punch Club? Fight Club? Wie ist es? Punch Club hieß es, glaube ich, das Spiel. Das 8-Bit-Spiel. Ähm, absolut geiles Spiel eigentlich. Ach, nein. So was schimmeln jetzt nicht mehr ab, Taboga. Dun, 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 dun. Was wir machen, wenn es wir könnten... Ähm... Krabi mal eine Zeit lang nach vorne tun, Taboga ist doch jetzt relativ schon stark. Genau. Vielleicht können wir Krabi noch ein bisschen trainieren. Krabi mal eine Zeit lang nach vorne tun, Taboga ist doch ein bisschen trainieren. So. Da liegen Pukenwunser runter. Meistens sollten das eigentlich Kleinstein sein. Nein, Krabis. Krabis. Krabi, zeig uns mal bitte kurz den Surfer. Alter. Du kannst es zwar nicht von hier sehen, aber eine Monesthetie liegt jenseits des Meeres. Das hab ich mir schon gedacht. Ich hab vergessen, Beleber zu kaufen. Oh mein Gott. Ah, fällt mir grad ein. Heute ist keine gute Folge, Jungs. Und Mädels. Tut mir leid. Das einzig Schöne ist, dass mit dem Fahrer zu kurz ist zum Hinfahren. Jetzt sind wir gleich wieder oben. So. So. Kaufen wir vier. Das muss reichen. Dann kaufen wir noch drei Superwälle. Ein Pukenwall. Und zwei Supertrinke. So, perfekt. Wir sind gerüstet für unser Abenteuer. In der nächsten Folge werden wir dann mit dem Surfer versuchen, nach Anemonia City zu kommen, um... Jasmin... Jasmin... Oh, kein Pukenwall geil. Um Jasmin... Ähm... Jasmin. Um Jasmin die Medizin zu bringen für... Ähm... Ampharos. Und dann können wir uns auch in ihrer Arena zu schaffen machen. Genau. Deswegen... Beende ich hier die Folge. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Mit V. Bis dann. Ja! Ja! perform plaat' Xi ä ä ä ä ä ä ä ä� нар Mit V. Davant